ähm gut mit den Äpfeln äh da 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 Omas Äpfel ähm Oma hat Apfelgehäuse rund um Anwesungen von wer lässt sie da liegen ja die Hühner ist doch ganz klar so dann gehen wir mal hier sind auch ganz viele Äpfel Äpfel ist schon schön hier nochmal einen Apfel nochmal einen Apfel ja wir folgen mal den Äpfeln jetzt kommen wir an ein Ähm Apfelhaus Äpfel 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 na wer ist da denn Hallo ist alles in Ordnung äh ist alles in Ordnung sie spricht nicht mit mir du hast hier ja viele Äpfel ähm sagen ja ja yes jaHS sind das die Ruinen ich würde sagen dass mal schauen was wir geben sein können also mal schauen ob wir die einfach verletzen ich glaube nicht dass wir die verletzen sondern einfach nur go and tell okay denn er ist jubisch vielleicht vielleicht lädt er die dann zu sich ein und sie arbeiten dann und er füttert sie strangest thing after talking to you before i found a bunch more apple cores it isn't you ich doch nicht das muss deine tochter gewesen sein ich weiß jetzt wer deine äpfel ist das sind ein paar kinder just alone in the woods are they okay take me to them right away they must be starving oh süß jetzt sind sie hier oder good thing you found those kids just living off apples for who knows how long wenn sie bei dir bleiben wenn sie bei dir bleiben not a problem these two can stay until we talk with the sheriff and find their parents oh was gabst du da wo ihre eltern sind hard to say but i don't think they're from east shade these two are exhausted and famished might be able to find out more after they've gotten a rest oh was jetzt we're going to need a whip up a meal more substantial than apples thanks for looking into the apple situation i never would have expected this i don't have much but please take this small payment as a token of thanks from all of us oh very nice see you see you so cool ah entschuldigung so jetzt ähm schauen wir mal kurz ähm zu der ruine da drüben zu der ruine da drüben äh äh und ah ok das ist ein Turm und keine Ruine ja gut aber da oben ist die Ruine müssen wir die malen und da ist eine Windmühle aha sehr schön können wir da hoch und dann von da oben die Ingenmalen wäre glaube ich eine Idee Nein ich kann da nicht wo schade aber ich könnte von warte mal äh Lehmhaus auf dem Land äh Sternenhöhle äh Tiffmoor Ruin wo sind die Tiffmoor da oben irgendwo und das sind wir gerade nicht wir genau wir sind also da sind die Ruine genau dann Windmühle genau also Windmühle können wir jetzt mal und also ähm ja wir haben ja genug Kleinwände wir haben sieben Stück oder so und äh ja da können wir ne Menge davon malen nur die Inspiration fehlt halt wir haben jetzt glaube ich zwei aber ich glaube bei der Ruine bekommen wir auch nochmal mehr und also sollten wir mehr bekommen äh mh ok das sind die Tiffmoor Ruinen cool da können wir hier sogar zwei Sachen äh zwei Sachen machen dann äh gehen wir nicht also malen wir die also malen wir die wir malen die von von vorne würde ich sagen dann Tiffmoor Klippen Alter jetzt werden wie viele Windmühle sind hier denn voll cool voll schön cool da warte dann ähm ja von da unten war die eigentlich schon schöner ok dann machen wir die auf dem Rückweg uh da ist ein Obelisk lol einfach so in der also einfach so random in der Natur so machen die hier ein Obelisk oh irgendwas zum anbeten ach das Teams Obelisk oh jetzt ok wir haben jetzt wieder ähm sechs ähm Inspiration yes yes I see ok was weißt du I can see all and at the moment I see you I see everything about you achja wirklich I see you have vast untapped potential which you have not yet fully utilized hm hm äh das ist wahr erzähl mir mehr falsch wenn ich sage erzähl mir mehr will sie uns wahrscheinlich ein ähm einwickeln hier bei der Ruine habe ich auch ewig gebraucht um mich für ein Bild zu positionieren ja äh ich glaube ich weiß wie also davon hat man ja die Ruine gesehen und dahinter die zwei Monde äh oder den Planet und den Mond ähm ich glaube das werde ich dann machen äh erzähl mir mehr äh 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 Ähr äh ähm äh 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 ähm ähm Irgendwas einschlägt, oder? Irgendeinen Weg. Ja, Sarah, geh nur, wenn ich mit dir rede. Nein. Das heißt, du hast etwas freigeschaltet. Ach so. Also quasi, wenn ich hier ja sage, schalte ich frei, dass ich quasi die Wurzeln verraten kann. Wahrscheinlich. Aber ich will halt nicht jetzt ja sagen und dann sagt man ja automatisch irgendwie, ja, die sind da und da. Das will ich ja nicht. Wenn du noch nichts von ihnen gehört hast, dann kannst du auch nicht ja sagen. Ja, klar. Ja, klar. Ja, aber die, die... Ja, ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. Dreamteas were created by Tiam, for use by her alone. The tea must be offered only to Tiam. Das finde ich auch. Es gibt doch genug Tee für alle. Klingt nach Verschwendung. Tiam klingt irgendwie erfunden. Das ist nicht Detroit becomes human. Das ist wahr. Ja, ich habe glaube ich zu viele Spiele so in der Richtung gespielt. Witcher ist ja auch so. Oh Gott. Es gibt doch genug Tee für alle. Was genau verlangst du von mir? Was genau verlangst du von mir? Ähm, wie wirkt das gegen Gif? Hm, mach ich nicht. Das werde ich nicht. We all lose our path sometimes. We must open our minds and our hearts to Tiam. She will guide us back to the light. Praise Tiam. Ciao. Okay. Also, Gegengift. Also, ich meine, wenn das Mittel oder das Gegengift nur die Wirkung vom Tee geschmälert hätte oder, ähm, ja. Geschmälert oder einfach, ähm, neutralisiert hätte, dann hätte ich es vielleicht gemacht. Das ist ja nicht schlimm, wenn die dann keinen Brausch mehr haben oder so. Ähm, aber Gegengift ist halt so, ja. Es könnte ja auch wirklich Gift sein. Und da, ja. Und sie wollte es mir nicht sagen. Also, oh, shit. Äh, deswegen, nö. Danke. Oh, das ist so schön. Ähm, ich will die aber von vorne mal. Dara, hast du das gemacht? Also, äh, das Gegengift gemacht? Äh, die Quest davon? Hm, 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 hm. Ne, Mann, die Frau kann mich vielleicht. Okay. Ich weiß nicht ob die, ich nehme wahrscheinlich eher die am Strand dahin. Ähm, ja. Also, wenn sie es mir erklärt hätte, dann, also ich glaube auch, also, ähm, ähm, hm. wenn sie es ein erklärt hätte dann wäre es nicht so schlimm also dann wäre wahrscheinlich die also irgendwas wäre da dann neutralisiert worden glaube ich aber dadurch dass sie uns das nicht verrät und mit dem gegengriff glaube ich dass es halt die leute dann tötet und nein danke hatte ein bisschen weiter und dann machen wir ein schönes querformat ein sehr schönes wir gehen auf dem feld sind da wir haben nur zwei ich hatte wir haben sieben bilder zum andenken der mutter ich habe ein mutters lieblingsort gemalt um es sicher zu haben oh dann musste ich das ja nochmal malen ach so ich habe acht insgesamt also dass das mutters andenken ich dachte das wäre jetzt das andenken ach so ok ah jetzt verstehe ich es das ist immer falsch sorry dann noch die berge und dann noch die ah ok ok alles klar gut dann malen wir nochmal das gleiche motiv so und dann malen wir die ruine erstmal schauen wir was da noch ist ich freue mich so wenn du an einen bestimmten ort kommst ok das ist halt auch richtig cool hier warte mal ähm mutters letzten wunsch der riesigen baum die tiffmauklippen den höchsten gipfel und die aussicht vom gemeindeturn den höchsten gipfel ist das da nicht müsste eigentlich sein ich bin gerade hier ok ist der gipfel ist das so ich schaue gerade ich hier drauf glaube ich das da gut ja so dann gehen wir mal kurz zur ruine und dann machen wir eine tolle ruine hier so fände ich mal noch gespannt auf was da alles noch für quests hier sind und vor allen dingen ups vor allen dingen ähm bin ich gespannt auf äh auf die sternhöhle ich träume manchmal davon dass ich unter freien himmel bin aber dann stelle ich fest dass ich in einer Höhle bin also das bin ich da bin ich mal gespannt wahrscheinlich eine Höhle ähm die am Meer ist und dann leuchten irgendwie ähm die sterne da rein also ins wasser ah hier ist noch eine heiße quelle cool und das reflektiert sich äh oben eben ok da brauche ich diesen älterhaken ja die äh sternhöhle ist der bestimmte Ort äh da bin ich mal gespannt wo ist jetzt die ruine da bin ich glaube die sternhöhle da werden wir ein bisschen noch brauchen bis wir da sind ok hier hier auf dieser insel dürfen wir eigentlich ähm dürfen wir eigentlich kaum eine querfelde eingehen glaube ich weil hier so viele steine sind das dort dann wieder eh so ähm da ist die ruine da ist die ruine aber ich aber ich ich will halt das mit dem mond im hintergrund haben so da müssen wir halt nochmal ganz da unten hin so sorry leute aber das perfekte bild braucht manchmal Zeit ich habe ganz vergessen hier die diese klippe bis die klippe da ist schade dass ich da nicht hoch kann ja mach mir ja mach mir ja wobei ich glaube hier so ist es besser nicht Ah, ja, okay. Naja. So. Das Blöde ist, wenn wir jetzt die Aufsträge abgeben wollen. Das dauert ja ewig, bis wir da wieder bei der Hauptstadt sind. So. Aber wir gehen jetzt mal... Ich glaube, das ist die Höhle, oder? Kann das die Sternhöhle sein? Wir gehen mal da hin. Ich gehe mal da hin. Ich glaube, das ist die Sternhöhle. Ich glaube, das ist die Sternhöhle. Ich glaube, das ist die Sternhöhle. ! Untertitelung des ZDF, 2020